so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge wir laufen einfach hinterher und wissen nicht was passiert genau der nächste schrotthaufen genau ich komme da nicht bin ich da nicht hin konnte ich nicht hüpfen da komme ich nie hin schafft nicht doch hier ist ich sehe konix alles dort müssen hier was ja ich habe kein schalter danke ich habe den schalter vertraut sorry ich habe ich nie darüber oder doch hab's geschafft ja ich kann eigentlich nicht mehr mitnehmen weil es sind glaube ich überladen oder gut ich finde man noch mit mir bisschen kann man noch mit mir vorsehen wo ich wollte gerade schießen oder glühbirne brauchen wir nicht aber ich hatte auch mal so ein teil aber das war ja fisch ohne mine was haben wir eine silber brauchen eigentlich nicht wirklich weil sie wo das ist das was man findet eine playmine wäre besser wo schießt denn eine waffe ist cool oder unten und dann nach unten geschossen und dann eigentlich müsste ich mal auf also das ist sowas kann ich vom büro games aber das ist mit einem anderen charakter online ich habe es gesehen also ist es nicht büro ich lasse die mutter oben ja jetzt verstehe ich warum warum kops ist okay okay alles klar ja wo ich kann nur munition mitnehmen naja plastik das ist gut wusste wo die gummibärchen ja also die bären nämlich mal mit da kann man eine schöne truhe machen kann man die ausstellen wenn ich es nicht nur noch zu lege ja ich bin nicht so gengurus obwohl ich eigentlich mit dem game bett spiele ich bin nicht so gengurus schaffe ich nicht wo ich auch noch ein bisschen klasse wo ist wo ich immer schönes ja mal gucken braucht man nicht brauche ich nicht auch richtig giste will ich jetzt nicht aufmachen schon eine quest entweder ich habe hier eigentlich jener wo an es ok es was so ist er und führt uns oder wo na sag mal an jeden steht bleib ich sind doch es war unter ach Mutanten sind da wo kommt der hier wo ist er aber er lebt noch wo ist hin weiß ich nicht ach ja die Hauklammer nehmen auch mit einfach hinterherlaufen ja ja ich habe keine Ahnung wo er hin will ich habe keine Ahnung ich möchte gerne eine rauchen aber ich komme nicht dazu warum nicht hier eigentlich schon da komme ich doch nie hin ja süße ich komme da nie hoch ich bin nicht so ein Gänguru wie du ich bin nicht so ein Gänguru Oh. Hier ist der Stout. wie kommt es denn den hoch ich schaffte so einen sprung schaffe ich nie nein ich möchte deine schuhe haben hier ist eine wackelpuppe wo aus der wackelpuppe ich muss hier erste wackelpuppe die wirklichkeit aussehen er braucht sie nicht ja gut ich habe es doch gleich gehört wie bist du da hoch gekommen okay bist du da hoch okay muss da euch wie ich muss ja außen lang warte ich das war sechs mit ihren da hinten gewärts wird wir reden können dass das war cool aber ich habe keine ahnung wir brauchen wie habe ich hier und erkennen das ist eine quest wieso ist das request wieso habe ich hier eine quest ich habe keine ahnung fleisch da geht es weiter also ich habe ich gehe ich habe ich gehe gesät so lange ich schon behaupten ich war zu langsam wissen doch wenn das sei ich habe keine ahnung was wir tun vielleicht wenn man den level sind verstehen muss man kurz hier und dann sind wir schon wieder weg aber ich denke mal das sind team quests oder so gehe ich mal davon aus und ich komme ja nicht durch den baum doch ich komme durch und er ist schon wieder viel weiter schneller wie ich er braucht genau alles wertlos der bus hat noch ganz erscheinen gab die richtige fenster da kommt was neues was man nicht kennen schon mal gut wir erkunden schon mal was neues vielleicht weiß es nicht ja wir haben was erkundet hier ist euch jetzt noch eine wackelpuppe moment hier ist euch wohl eine wackelpuppe rezept hier ist ein wackelpuppe moment warte 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 mal hier ist euch eine wackelpuppe irgendwo ist hier ist auf dem dach auf dem dach da ist eine wackelpuppe glaube ich mal wenn der wackelpuppe raus guck mal auf den dach ich glaube ja die müsste auf dem dach sein da oben muss sie sein ja ich komme auf die warte puppe er möchte keine wacke buchen wir haben uns mal die bache bereiten würde ich sagen nein ich bin nicht laufmarschmer warum schießt es wohin du kannst auch schnell reisen wo du hin möchtest weil ich kann dir hinterher reißen ja gar nicht nicht das sieht dinge die bürger nicht sehen hier ist nichts alles weg hier ist was wir sind fast überladen leute doch nicht da noch wir laufen wir doch zurück hier ist nix oh nein böse welt das ist eine böse welt solange wie es kein risk gibt dann wir sehen ich höre zeug meine loks höre ich wo ich will die waffe haben die ist so geil ein schuss ein bisschen ein bisschen druckat warte 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 was it warte warte ok mensch doch gucken und gucken brauchen ja aber deine waffe ist besser hast du nicht mal so viel munition also zwei schöne rezepte haben wir schon mal gefunden gleich brauche ich nicht so was brauche ich nicht das ist gibt es ein krummgurken ok mensch auch kein essen ich koche mir nur weiß super weiß super bin ich werde ich reich ist nicht das radio ab was aus hier war nix im bär nämlich noch gibt es nicht ich sehe es nicht was gab es nicht nein ich bin natürlich runtergefallen wie immer macht aber nix warum treffe ich denn nicht das war schnell ausmachen das nervt zu lieben ja somit sind wir am ende der folge und die verfolgungsjagd oder hinterherlaufen das geht noch weiter und ich habe keine ahnung wo es hinführt und somit bedanke ich mir erstmal für eure zusehen für eure kommentare für eure likes und tschüss ja ja Vielen Dank.